Königin Azshara gegen den Lichtkönig. Taucht ein in meine Musik. Eure Pein wird legendär. Euer Rang nicht. Ja, damit herzlich willkommen zu Hearthstone und dem letzten Gegner im verbleibenden Kampf. Dem Lichtkönig auf dem Frostthron. Ich nehme einfach mal diese Karten. Ich weiß noch nicht so genau, was ich machen soll. Es wird wieder Trial and Error ein paar Mal sein, dass ich das irgendwie versuchen muss. Vielleicht schneide ich auch. Okay. Ich konnte einen Arcadenwürm beschwören. Beschweren. Magier. Ich allein gebiete über die eisige Macht des Todes. Ich habe wieder 29 Schaden erhalten. Und der wieder ein Mana. Ach, du lieber Gott. Puh. Okay. Mist. Mein Problem ist, ich habe keine Möglichkeit. Es gibt keine Karte, die meinen Triumph verhindern kann. Das befürchte ich leider auch. Nun. Hm. Bereit so mächtig zu sein wie ihr. Na dann. Mit jeder Karte, die ihr ausspielt, kommt ihr dem Ende näher. Das befürchte ich, wie gesagt, leider auch. Also gut. Das war... Ja, das war ein kurzes Vergnügen. Okay, also mit Magier können wir nichts ausrichten. Uff. Akane Macht hat nicht funktioniert. Mh, Mecha Krieger? Ah, den müsste ich erstmal verändern. Schamane. Den habe ich noch nicht probiert. Wir versuchen mal Schamane. Mein Schaman-Deck ist zwar nicht so ganz so toll, aber ich glaube, es müsste vielleicht... Ach, naja, ich sage lieber nichts. Ich, 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 nee, ich sage lieber nichts. Thrall gegen den Lichtkönig! Eure Zeit ist gekommen. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das neue Mieter. Wir lassen mal das. Mal gucken, was jetzt passiert. Mal gucken, was er jetzt uns antut. Ja. Ich habe einen Knistern gezogen. Okay. Ich kann aber nichts machen. Eure Diener zittern vor meiner Macht, Schamane. Mhm. Für den Lichtkönig. Ja. Okay, 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 okay. Ich mag diese Sprüche, ich mag sie einfach, ich mag sie, also gut, pass auf. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Das war's. Okay. 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 Das könnte funktionieren. Wieder mal. So, mal gucken, was jetzt passiert. Mist. Das war's. Mist. Kann nichts tun. Das Licht wird euch hier nicht schützen, Paladin. Oh je. Nichts wird euch hier schützen. Oh je, ich hab Angst. Übernimmt die Kontrolle über jeden Feind, der in diesem Spiel stirbt. Das heißt also, wenn also wenn ich einen Diener spiele und der stirbt, dann geht er auf die andere Seite. Ach, du Schöne. Das Problem ist, wenn ich jetzt tatsächlich Tja, ich konnte es probieren. Okay. Für die Gerechtigkeit. Das wird passieren. Ich weiß es. Ja, das ja. Wer hat dieses Deck für euch erstellt? Das Spiel. Ach, verdammt. Oh. Das Scheiße. Das geht schief. Kann ich eigentlich jetzt aufgeben? Der Sieg gehört euch. Ja. Ich, ich, ähm. Ich sehe da, ich sehe darin keinen Nutzen, wenn ich meine, meine meine Diener verliere. Der Mager haben wir schon probiert. Der kriegt ja dann gleich mal 29 Gesundheit. Hexenmeister, das könnten wir noch probieren. Wir probieren den mal. Oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt wirklich Trial and Error, oder ich muss mir tatsächlich ein eigenes Deck erstellen. Das wird wahrscheinlich auch noch passieren. Aber das mache ich lieber alleine. Räumt die Bühne! Denkt ihr, ich werde euch gegenüber Gnade walten lassen? Ähm. Ja, da werde ich euch aber nicht mitnehmen, weil ich glaube, da bin ich einfach zu sehr peinlich. Ich versuche einfach, mein Deck dann zusammenzustellen, ohne dass irgendetwas... Ja. Keine Ahnung. Ach du je. Was ist denn das für eine Mischung? Ja. Ein Flammenwichtel will ich nicht, zumindest noch nicht. Mal gucken, was ist da passiert. Aha. Ja, 30 Rüstung. Ein Molokke-Zeitnäger. Das ist doch schön. Auf in die Schlacht, Maden. Hexenmeister, verwerft eure erbärmliche Hand. Die Schrecken, die ihr befehligt, werden bald mir gehorchen. Oh nein. Ich habe Angst. Ah! Aua. Okay. Das war... Das war... Aua. Fies. Um das nochmal ganz kurz zu erläutern. Dein Gegner spielt Seelenernte, verursacht zwei Schaden für jede Karte, die im Deck des Gegners mehrfach vorhanden ist. Ja... 14 Schaden und jetzt haben wir nur noch 16. Gut, besser als 29 allemal, aber... aber... ja nun... ... ... Spürt meine... Spürt mich, König. Ähm... Ich hab noch 40 Gesundheit, wenn ich jetzt den... Scheiße. Ja, au. Spürt meine... Das war's. Das funktioniert doch nie. Nehmt das! Spürt meine... Ja, das funktioniert... Aua! Das kann ich nicht anvisieren. Das kann ich nicht anvisieren. Hä? Hä? Ja, aber... Das kann ich nicht anvisieren. Das kann ich nicht anvisieren. Das kann ich nicht anvisieren. Oh, verdammt! Scheiße! Spürt meine... Ich bin tot. Schon wieder. Für den... Für den... König. Na super! Spürt meine... Spürt meine... Ich will den nicht nutzen. Ich hab nur noch einen Gesundheit. Ich will den nicht nutzen. Ich glaube, ich muss versuchen, mir ein ähnlich böses Deck zusammenzustellen. Wir sehen uns bald wieder. So, meine Lieben. Ich habe jetzt zumindest ein Deck mal erstellt, mit dem ich es gerne probieren möchte. Und das wäre damit das Deck großspurig genannt. Superschurke. Und wir wollen mal sehen, wie wir damit zu Rande kommen. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nicht geguckt, was bei Schurke so rauskommt. Garona gegen den Lichtkönig. Na dann. Ich bringe euch schon zum Singen. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das neue Meta. Äh... Ich nehme den erst mal weg. Den Stenograph brauche ich jetzt noch nicht. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe Angst. Wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Okay. Das war's. Tretet aus den Schatten, Schurke. Ohne eure Tricks seid ihr nichts. Oh je. Oh je. Ähm... Okay. Der hat alle Zauberkarten aus dem Deck entfernt. Alle Zauberkarten, die ich hier im Deck hatte, sind weg. Die Tate des Gestor-Diskates aus dem Deck. Die Tate des Gestor-Diskates. Zeit, unseren Ehemann den Meister von Thron zu stoßen. Wie mischt ihr diese Karten überhaupt, ohne ihm selbst mit Leid zu versinken? Schön. Das gibt schweres Symptome. Zauberstäbe zu Zauberpreisen! Das war's. Wird das ewig so weitergehen, wird das ewig so weitergehen. Ach ja. Tödliche Dosis! Garantiert magisch! Au! Au! Flucht nochmal! Sechs Mana! Verdammt! Au! 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 Ich bin tot! Mann! Das muss doch gehen! Neiiin! Okay, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Der spielt wirklich sehr, sehr unfair. Egal, was ich mache, meine Geheimnisse werden ... ... werden einfach mal ... Also, nicht meine Geheimnisse, meine Zauberkarten werden einfach mal weggepustet. Hier war es jetzt so, dass ich fast ... Naja, fast gewonnen ist auch falsch, aber ich habe ziemlich gute Chancen gehabt. Nun gut, liebe Freunde, wir probieren es weiter und diesmal versuche ich mal mit meinem Mechakrieger-Deck, was noch nicht so ganz vollständig ist, versuche ich jetzt einfach mal drauf zu hauen. Ich weiß zwar nicht, ob mir das gelingt, aber ... ... nun ja. Die Allianz wird ein neues Schicksal für Azeroth-Schmieden. Eure Pein wird legendär. Euer Rang nicht. Mal gucken. Wie ich sehe, habt ihr Gäste dabei. Das war's. Okay. Ja, haben wir schon. Ja, ja, jetzt kommt der Ritter. Ach ne, der Splitter. Hallo, hallo, hallo. Naja. Der Schildschlag. Bringt mir jetzt gar nichts. Na gut. Wie mischt ihr diese Karten überhaupt, ohne ihm selbst mit Leid zu versinken? Ach du, das geht ganz einfach eigentlich. So, jetzt ist der schon mal tot. Kriegsbot. Vier Mana. Das war's. Wir versuchen uns jetzt mal auf den Lichtkönig zu konzentrieren. Ich habe nicht genug Mana. Entschuldigung. Jaaaa. Zeit, unsere Wien an den Eiswerfer vom Kronen zu stoßen. Kampffattlung registriert. Hallo. Wir sind die Kalten. Schildschlag bringt mir nichts. Ich habe keine Rüstung. War ja klar. Also gut. Ah. So. Ich muss den ja angreifen. hier endet seine Herrschaft. Hier endet seine Herrschaft. Rahmgeschwindigkeit. Initiiere Karten. Ich habe keine Rüstung. Doch. Ich habe Rüstung. Stimmt ja. Oh, fuck. Ach, das war das Falsche. Ich wollte den Schleim treffen. Mist. Jetzt. Ah. Ah. Ich habe die Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Herr Gifflard. Ja, das wird schon die Rüstung. Ja, das ist das Falsche. Ich habe keinen Rüstung. Wir sind die Rüstung. Oh je, oh je, oh je. So, wir haben 29 Gesundheit. Im A-GEN-SAUN! Ah! Ich bin auf Kai! Ja, Herr! Das war's. Mist. Ah! 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 Hier haben wir hier. Ah! Siegt und lebt oder verliert und sterbt. Das ist mein Schicksal. Ruinen, direkt voraus! Ah! Ah! Ich brauche hier etwas Licht! Ah! 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 Verdammt! Ah! 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 Das war's. Das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich bin, ey, ich muss wieder sagen, ich glaube, ich bin echt zu doof. Ich bin, glaube ich, echt zu doof. Das macht mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu schaffen. Wie soll ich denn diesen Dingsibumsi besiegen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und also entweder ich bräuchte jetzt tatsächlich Diener, die so viel Angriff haben. Okay, also darüber muss ich mal nachdenken. Sorry, aber bis bald. Ich bin, glaube ich.